Das ist für die Arzen da unten, die sich den Arsch aufreißen, für ein fremdes Volk, für fremde Menschen gestalten, die ihr nicht kennt, sollt ihr beschützen, ganze Dörfer, die brennen, werden ausgelöscht, Krieg ist da unten, zu jeder Zeit vor Augen, tausend Raketen, die sich ihre Wege bahnen, ob Taliban oder Mini-Terroristen, kleine Kinder sind gefährlich, weil auch die auf ein Schießen, deutsche Männer im Panzer werden täglich beschossen, deutlich miese als die Angst, sind am Straßenrat die Toten, in Gedanken sind wir bei ihr, denn ihr seid die Guten, für Frieden in der Gegend bezahlt ihr mit Blutenden Händen, Jungfasst auf euch auf, auch gesund wie der Blackist, Pumst jeden Tag, denn da unten ist Krieg, keiner feiert die Scheiße, denn Sterben ist mies, fühlen die Souljus, da unten ist hier dieses Lied. Jungs, wir sind bei euch, lasst euch durch unsere Worte stärken, denkt in schlimmen Momenten an uns, weil wir die Eskorte wären, nennt uns Schutzengel oder die, die euch zum Sieg führen, im Krieg für den Frieden, werdet ihr durch uns Gottes Ziel fühlen, es ist die Musik, die uns hier und jetzt vereinen soll, Rap zit in den Krieg, aber wisst, dass wir das gleiche wollen, seid gewappnet, das Böse, es lauert am Dauern, versteckt im Dickens, in Häutern, an Fenstern und Mauern, es sind Menschen wie wir, doch versteht man ihre Logik nicht, Menschen wie wir, die nicht wollen, dass wir den Toten rennen, ihr bietet ihnen Schutz, doch das Verständnis ist so schlecht, wir verlieren viele Brüder, da das böse Schläfer weckt. Jungs, wir führen mit euch, weil wir dir Gedanken teilen, bleibt standhaft, weil nur so über euch kein Schattenkreis, widmet uns seinen Gedanken, zeigt, dass ihr dankbar seid, nicht alleine zu sein, durch gemeinsame Zusammenarbeit. Wir sind bei euch, Jungs, ihr seid nicht allein, es gibt ein Grund, warum ihr da seid, macht in Wüsten Söhnen Beine, ihr bringt Ordnung und das Volk, doch das dauert noch nur Weile, viel zu lange seid ihr weg, weil diese Leute das nicht bei, dass ihr nicht zu spaßig seid, dieses Land zu befreien, es ist nur zu natürlich, dass dort unten Männer weinen, auf jeder Seite sterben Menschen, bei euch und bei den Feinden, doch ihnen zu ehren sollten Waffen bald schweigen. Rache ist für Schwachen, man sollte es dabei belassen, das sind alles auch nur Menschen, die das leider nicht raffen, jeder Hoffnung zum Trotz wird man ständig beschossen, die Bomben an den Ecken werden gelegt, um zu töten, die Einheit wird getroffen, das muss endlich aufhören, durch einheitliche Regeln in Zielfrieden zu erhalten, ich schütze die Arzen rechts von dir, jeweils mit deinem Leben, schätze deine Chancen richtig ein und bleibe am Leben. Böhm nós ahh wir das ап i Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Schön cool bleiben, ruhig bleiben, okay?